Niemand wird Ihnen abkaufen, dass ich hinter der Sache stecke. Unwichtig, Baby, bis Sie das rausfinden, bin ich schon weggeflogen, auf einer Insel, wo ich unter Palmen liege und kühle Drinks zu mir nehme. Sie werden nicht mal aus der Stadt kommen. Wer soll mich aufhalten? Du? Schon möglich. Nein, sowas. Das würde ich gerne sehen. Mit Vergnügen. Du willst schon weg? Hey, Glatze! Sie hat noch eine Verabredung. Verdammt nicht später bei mir!